Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings. Dazu gehören Filme, Theaterstücke, Themenbarks, Musicals, VR-Taktionen und Videogames. Eben überall, wo eine Geschichtsstruktur genutzt wird. In der heutigen Episode besuchen Carolin und ich den Moviepark Germany in Bottrop. Den haben wir auch vor zwei Jahren besucht, auch mit dem Hauptthema die Zaubershow von Christian Fahler. In dem Fall ist es auch eine weitere Show von ihm, aber natürlich behandeln wir auch den Themenpark an sich. Viel Spaß dabei. Moviepark 2024. Genau. Einer unserer Favoritenparks? Oder was würdest du sagen? Zu lange nachgedacht? Verloren. Nee. Nein? Wir sind doch aber gerne da. Ja, wir sind gerne da, weil die Atmosphäre toll ist, aber es ist trotzdem nicht mein Favoritenpark. Wir hatten ja kurz vorher über Punktevergabe. Was macht ein Park, ein Themenpark zu Favoriten? Oder wonach gehen wir, wenn wir den bewerten? Weißt du noch, was das für Punkte waren? Also für uns? Für uns, ja. Ja, ja. Ach so, ja. Also einmal, wie die Atmosphäre im Park ist, dass man sich da wohlfühlt. Und gerne verweilt. Gerne verweilt. Dann Essen natürlich. Ja. Attraktionen, die uns gefallen. Die wir gerne, ja, wo wir bereit sind, wirklich zu fahren. Ja. Aber gefallen und wir können die fahren, sind ja immer noch zwei verschiedene Abteilungen. Ja. Border Patrol können wir fahren, weil wir, und daraus ergibt sich dann eben eine gesamte Note, sozusagen. Aber wir haben ja schon einen Punkt, wie du sagtest, wir verweilen gerne im Moviepark Botterhoff. Das stimmt. Wegen der Filmatmosphäre, glaube ich. Ja, genau. Weil er ja schon einmalig ist in Deutschland. Sowas findet man ja eher in den Staaten, Universal Studios oder Warner in Abu Dhabi und am ehesten Disneyland in Paris. Wo wirklich filmthematische Sachen da sind, das meine ich damit. Natürlich hat der Europapark jetzt durch manche Lizenzen sowas auch reingeholt. Und, aber wirklich das Thema Hollywood oder Film hat ja nur der Moviepark Botterhoff, Germany. Und so läuft auch Filmmusik, wenn man reinfällt. Oh ja, ja, ja. Immer, immer bessere sogar. Das steigert sich jedes Mal, dass jemand wirklich gut auswählt. Denn nicht, wir haben eine CD von Best of Movies, Soundbricks, sondern ausgewählte Sachen. Ich habe vorhin noch einen Punkt vergessen, den ich dann noch dazunehmen würde, das Merchandise. Das Parkeigene oder wir verkaufen noch andere Artikel? Nee. Das Parkeigene. Okay. Ja, was ist denn jetzt nicht Parkeigene, was sie im Park verkaufen? Die Sachen, die ich dir gezeigt habe, die ganzen DC-Marvel-Sachen, sind ja nicht deren Artikel. Das sind aber nur Produkte, die verkauft werden. Parkeigene sind die Moviepark-T-Shirts, die Caps. Nee, ich meine alles, was sie verkaufen. Alles, was man da kauft. Ja, okay. Das ist zweigleisig, finde ich. Hm. Weil zum Beispiel Phantasialand hat nur Phantasialandsachen. Mehr nicht. Ja, richtig. Ja, das meine ich mit Parkeigene. Ja. Okay, was wolltest du da bewerten? Das meine ich. Nee, das habe ich vergessen. Das ist mir gerade noch eingefallen. Das würde ich noch als Faktor dazurechnen. Ja, sehr gut. Weil, ja, egal. Können wir nachher ein Fazit machen. Ja. Wir waren hier aber im Rahmen von der Zaubershow, die wir besuchen wollten, dieses Wochenende im Moviepark. Das war jetzt die neue Show von Christian Fahler, die wir ja schon ein paar Jahre verfolgen, die Shows besuchen. Entdeckt haben wir ihn ja im Pandasialand und jetzt ist er seit mehreren Jahren mit dem Moviepark verhandelt. Genau. Und das war jetzt die neue thematische Sherlock Holmes Show, wo er eben seine Zaubertricks mit seinem Team darbietet. Ja. Genau. Und wie fanden wir diesmal? Ja, also ich fand es tatsächlich gut wie immer. Es ist ja immer sehr rasant. Oh ja. Und tatsächlich geht es mir jedes Mal wieder so, dass ich denke, ich könnte drauf kommen, wie das gemacht ist. Wir sehen ein bisschen Sachen, wie jemand ist plötzlich hier in der Kiste drin, wo nichts vorher drin war und man sieht auch niemanden irgendwo herkrabbeln. Wie geht das? Genau. Und das sind wirklich wahrscheinlich für Zauberer die simpelsten Tricks. Ja, genau. Also er hat ja mal sehr viel dieses mit Menschen verschwinden und tauchen auf. Ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Dieses Mal hatte er diesen Trick noch mit den Münzen. Oh ja, das war neu. Also wir müssen erst mal erklären, dass es eben ein richtiges so vitorianisches London-Set ist, wie auch bei der letzten Show. Und man sitzt in einer größeren Halle. Ja, die ist echt riesig. Und guckt direkt auf dieses Set drauf, wo eben verschiedene Aktionen passieren. Und jetzt bei der Sache, die du meintest mit den Münzen, wurde es sogar mit einer Kamera auf Screens projiziert, damit man genau sieht, was da passiert. Und eben sieht, dass man die Tricks nicht sehen kann. Firm plötzlich auf der einen Seite auf der linken Hand. Zwei Münzen sind auf der rechten, zwei und plötzlich sind vier auf der linken und eine nur auf der rechten, obwohl du nicht gesehen hast, dass da irgendwas möglich wäre. Und so viele Münzen, wie der da verschwinden ließ, die kann man gar nicht irgendwie in der Innenhand verstecken. Das geht keinem. Ne. Ja, also keine Ahnung. Es war schon sehr, sehr faszinierend. Ja. Er hatte letztes Mal ja auch schon so einen, ja wie nennt man das, Co-Zauberer? Keine Ahnung. Also er hatte letztes Jahr bei der Show ja auch schon jemanden dabei. Diesmal war das jemand anders. Du meinst seinen Gegner sozusagen, ne? Ja. Es ist so, als ob Moriarty so eine harte Assistentin hat und der taucht dann eben in der Story aus. Und sieht ganz irre aus. Man sieht irre und verdreht die Augen und ab und zu schiebt er die Zunge links aus dem Gesicht raus. Und wie ich da sagte, wenn es biologisch möglich wäre, wäre das ein Sohn, den Niederhaler von Nicolas Cage zusammengezeugt hätte. Ja. Der sah aus wie die beiden in einer Person. Und sehr, sehr dürf. Ja. Ja. Ja, wie Didi in den 70ern. Und Cages Gesichtsausdrücke von den letzten 30 Jahren. Ja, ja. Genau. Stimmt. Unglaublich. Genau, der hat dann natürlich auch Co-Zauberer, weil die Handlung eben, Sherlock versucht dann eben einen Fall zu lösen. Und der Bösewicht steht immer mit meinem Weg. Und ein Team von bezaubernden Zauberassistentinnen, was sie ja auch nicht mehr sind. Das sind ja keine Assistentinnen, das sind ja Co-Akteure, begleitete dieses Team. Genau. Was ich vorhin schon gesagt habe. Ich fand, es war wieder eine gute Show. Es war rund, es war unterhaltsam. Es ist, finde ich, auch so eine richtige Länge, sodass man nicht irgendwann denkt, jetzt schon wieder das und das, sondern man folgt dem gerne. Ja, 30 Minuten sind perfekt für sowas. Das ist auch eine gute Zeit, um mal zu sitzen und dann wieder aktiv in den Park rauszugehen. Ja. Der Ein- und Auslass funktioniert natürlich sehr gut, wie immer, bei einem Team. Ja. Die Verteilung der Leute, damit nicht irgendwie Lücken entstehen und dass die Leute eben zusammensitzen und nicht unnötig eben den Raum belagern, ist auch ziemlich gut. Und was war auch noch wichtig. Ja, genau. Genau wie bei der letzten Show wurden natürlich wieder die musikalischen Themen benutzt von Hans Zimmer, Soundtracks und Sherlock Holmes-Film und von David Arnold's Sherlock-Serie, die Benedict Cumberbatch, was für mich jetzt als Filmmusik-Fan ein bisschen verwirrend war, weil wir sprangen zwischen einem viktorianischen Holmes und einem derzeitigen Holmes, der wirklich im Modern von heute lebt. Und ich kenne natürlich beide Musiken. und mir ist das aber gar nicht aufgefallen, dass sie es gemischt haben. Also für mich war es die ganze Zeit, oh ja, schöne Musik, schöne Musik. Okay, und dann passt das ja. Im Endeffekt muss es ja passen mit dem Ambiente, das die da darstellen. Und natürlich andere fetzige Musik dazwischen. Es waren nicht nur Stücke aus den beiden Soundtracks, sondern hinzu. Ich habe mich gefragt, das andere müsste ja eigene Musik sein, oder? Eigene Musik oder vielleicht von der EMA-Truppe, die sonst auch für den Moviepark komponiert. Zum Beispiel die Musik in der Van Helsing-Bahn ist zum Beispiel von denen gemacht. Kann sein, dass es Elemente von denen sind. Wirst du mal nachfragen. Ja, jetzt die Frage, ob da eine Reihe draus wird, dass es irgendwie jedes Jahr eine neue Sherlock-Holmes-Show gibt, die weitere Fälle des Zauberdetektiven in dem Fall. Wäre interessant, wenn es sowas gibt. Ja. Die Poster sind immer gut gestaltet, haben immer so den Look von der Art von Film plus von einer Zaubershow. Also eine gute Mischung. Naja, ich finde es, habe ich hinterher auch zu dir gesagt, eine Wahnsinnsleistung, weil man muss ja mal überlegen, diese Show läuft ja, ich glaube, jeden Tag zweimal. Zumindest am Samstag lief sie zweimal. Ja, ich glaube jeden Tag, ja. Äh, das heißt für die Zeit, wo die Leute dann gebucht sind, also die Show dann gebucht ist, muss das zweimal jeden Tag gemacht werden, ne? Und ich meine, weiß ich nicht, also jeder hat ja mal einen guten und einen schlechten Tag, das kennt man ja so auch von sich. Da habe ich schon so gedacht, boah, das finde ich ganz schön heftig auch so, ne? Und ich habe ja auch zu dir gesagt, diesmal wirkt der auch so ein bisschen müde, oder? Ja, älter, wir kennen ihn ja schon. Ja. Zehn, zwölf Jahre? Ja. Ja, also nicht persönlich. Ne, ne. Auch wenn ich ihm damals ja angeschrieben hatte, dass ich gerne sein Schüler werden wollte und dann geschrieben hatte, dass er ihm keine Zauberlehrlinge ausbildet. Aber ja nicht, das ist jetzt kein ironischer Scherz, sondern ich hatte ihn wirklich angeschrieben, weil mich das Thema interessiert. Mhm, ja. Falls er das nochmal hört. Okay, und dann haben wir noch was zur Sherlock Holmes Show? Ne. Irgendwas vergessen drumherum? Dann geht's wieder raus. Und die ist ja versteckt so ein bisschen in der Western-Gegend des Parks, die ich sehr mag, weil auch da die Soundtracks aus vielen verschiedenen Westernen immer laufen. Diesmal war es ein bisschen nass und das habe ich dir gesagt, das wirkte merkwürdig, weil man sieht nie in den wilden West nass, verregnet, sondern es ist meistens sehr heiß und eben wüstenartig sozusagen. Da gibt's ja auch die leckeren Pommes, die wir gegessen haben. Ja, ansonsten vielleicht noch zum Moviepark war so unser Fazit. Es ist immer so eine solide Sache, wo man weiß, was man bekommt im Moviepark. Ja, weil wir wollten ja unsere neue Punkte, oder nicht neue, die Punktevergabe, wenn wir jetzt den Park nehmen. Da gibt's ja unsere Lieblingsrides, die wir fahren. Das wären ja zwei Favoriten wahrscheinlich, ne? Wie bei mir auch bei dir. Ja. Und das ist die Studiotour, diese neue. Die ist nicht mehr neu, ne? Ja, wie alt ist sie denn? Wann war das der Geburtstag, das 25-Jährige? Wann ist das drei Jahre oder so? Ist das drei Jahre her? Ich meine, wenn die 96 aufgemacht haben? Zwei Jahre. Ja, das war vor zwei Jahren, dass die Bahn aufgemacht haben. Also die zwei Jahre alte Supertraktion ist immer noch klasse. Ja, und diesmal kam ja auch das, was wir letztes Mal gesagt haben, dass diese ganzen Intro-Shows ein bisschen zäh sind, kam ja das ziemlich kurz vor. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob die was gekürzt haben, aber es wirkte flotter. Und die andere Bahn, die wir gerne fahren, ist eben Van Helsing, wo wir aber das Gefühl haben, dass von Jahr zu Jahr irgendwas verschwindet. Ja, also es war ja hauptsächlich dunkel. Also diese Sachen mit dem Labor und was man vorher da sehen konnte. Ich weiß nicht, ob sie einfach das Licht ausgemacht haben oder so nach und nach einfach Sachen, keine Ahnung, verschwinden oder wie auch immer. Ich finde es so ein bisschen schade. Also ich finde, es wirkt ein Stück weit so ein bisschen lieblos mittlerweile. Also auch wie sie den Bereich, also sie haben ja Gott sei Dank diesen Schlauch, wo die Arme und Beine und die ganzen Überreste runterbommeln und ab und zu mal jemand schreit, haben sie ja verkürzt, was ich an sich total gut finde, weil ich das nie mochte. Ich fand es einfach zu eng und zu beklemmend. Dann sollte das ja natürlich gruselig sein mit den Schreien und ich fand es eher immer nervig, wenn man da lange drin stand. Aber sie haben das auch so lieblos gemacht, einfach so weggeklemmt irgendwie. Ja, eine Mauer aufgebaut. Klar, wir haben dann gesehen, dass es wahrscheinlich die Fastlane ist, das neue System, nennt sich das Fastlane? Ja, ja. Dass dann eben von der Seite aus Leute, die sich ein Bonusticket kaufen, schneller reinkommen. Klar, das ist die beste Möglichkeit, um bei etwas, was schon da ist, das einzubauen. Aber das mit dem Lieblos, ich fand es auch, dass im Warteraum, wo wir zum ersten Mal diesen jungen Van Helsing, der hat ja, wie gesagt, mit dem Film, mit Hugh Jackman, nichts zu tun, sondern es ist eine weitere Adaption der Van Helsing-Legende. Er ist ein junger Typ und sowas. Und man sieht den am Anfang, wie er so einen alten 50er-Jahre-Wagen repariert, den er wahrscheinlich zu einem Vampirjäger-Modell macht. Und früher konnte man den hören. Immer im Wechsel. Entweder auf Deutsch oder dann eben die englische Version. Und ab und zu sind ja Untertitel auf Niederländisch und andersrum auf Englisch vielleicht. Aber das war runtergedreht. Das war, dass man nur hört, wenn man direkt von der Scheibe stand. Ja, aber auch dann nicht. Und dann auch nicht. Also wir hatten ja am Anfang gedacht, das ist Englisch oder das ist Deutsch. Und dann war es Deutsch. Aber es war sehr, sehr, sehr leise. Da verstehe ich es nicht, wieso das weg ist. Besonders in dem Fall, wenn das Kanonengerät vom Auto immer so laut ballert. Das ist dann so laut, dass du dann immer jedes Mal zuckst, weil es dann aus dem Nichts kommt. Vorher war, glaube ich, der Klangteppich so, dass es dazugehörte und nicht einfach nur geballert wurde. Ja, das ist irgendwie auch aufgefallen. Und wie gesagt, wir finden die Thematik des Rides super, das Tempo des Rides und alles und eben die ganzen Sachen. Du hast zum Beispiel gesagt, dass man irgendwo den Gremlin sehen konnte, der ja von der Bahn, die davor drin war, noch als Good-Luck-Element drin war und dass du den diesmal nicht gesehen hast. Ja, vielleicht habe ich ihn auch einfach nur nicht gesehen. Also entweder ist er abgehauen von sich aus oder er steht jetzt woanders, in einem Museum. Aber es ist ja ja doof, wenn die Tradition, dass Elemente von der Bahn, die vorher drin war, jetzt verschwunden sind. Ja. Ja. Genau. Aber für mich hat sich das so ein bisschen wie so ein roter Faden durchgezogen. Also dieses bisschen nieblos. Also um mal jetzt was Positives zu sagen, wir mögen ja einfach die Atmosphäre, wenn man durch den Moviepark geht. Irgendwie ist die Aufteilung gut und man kann immer irgendwo auch verweilen und ja, es entstehen nie so auch Menschenknäuel oder so, sondern es gibt immer so einen Fluss. Also wie auch immer sie sich das überlegt haben, das funktioniert gut, so. Genau, aber wenn man so durch den Park geht, also A-Fields finde ich mal wieder an was Neuem, so. Und die Rides sind ja alle auch schon im Schnitt älter und ich finde, die sehen auch teilweise so ein bisschen langsam alles so ein bisschen runtergekommen was. Also es ist nicht dramatisch, aber es ist eigentlich nicht so wirklich schön. Also die Farben sind verblichen und irgendwo sind so abgewetterte Stellen und so. Also es ist alles so, ja, genau. Ja, zum Beispiel die Ecke, die ja eigentlich neu ist, wo es die Starfleet Academy ist, wo Star Trek ist, sieht jetzt schon verlassen aus. Und im Endeffekt müsste man das pflegen, weil wie viele Orte auf diesem Planeten gibt es, wo Star Trek so eine Art Basis hat. Also ich würde das nochmal pflegen, ich weiß nicht, ob ich es mir in der letzten Episode auch gesagt habe, die mit dem Moviepark zu tun hatte, das ist so eine Art Mecker. Also Star Trek-Fans gehen ja gerne irgendwo hin und treffen sich und wenn man das nicht irgendwie, wie nennt sich das, Nordschit, pflegt, ja, finde ich schade. Es ist genau wie, ich habe das, glaube ich, bei Heide Park gesagt, dass die als einzigen eine Ghostbusters-Attraktion haben. Und da sammeln sich die Ghostbusters-Fans und treffen sich vielleicht einmal im Jahr, alle zwei Jahre, keine Ahnung. Und dann machst du das eben als Ich-bin-der-geile-Park, der nur das anbietet. In Deutschland oder europaweit oder bei manchen Fällen sogar weltweit. Ich glaube, Ghostbusters könnte sogar weltweit in Meider Park sein. Nur als Beispiel. Und das wäre Star Trek in dem Fall. Das wäre, haben wir noch was? Was so ist im Moviepark? Nee, noch nicht. Was zu einer Franchise gehört. Nee, genau. Und das gleiche auch der Star Trek-Laden. Theoretisch könnte man sich da kaputt kaufen an Waren. Aber das sind immer so kleine, ausgewählte Sachen. Die Studiotour hat ja jetzt neu viel mehr von Universal zum Beispiel. Die hatten ja eine Menge zu E.T., eine Menge zu Gremlins. Also, was sie vorher nicht hatten. Das wirkte wirklich zum ersten Mal wie ein Shop, wie bei Universal Studios in den Starten. So vollgepackt. Und auch der kleine Shop am Anfang da mit den ganzen Marvel- und DC-Sachen ähnlich. Das ist gut gefüllt. Und dann kommen wir zu dem anderen, was wir gut finden, aber nicht gut finden gleichzeitig. Das ist eben dieses tolle 4D-Kino, das super ist, aber seit Jahren nicht mal was Anständiges drin bieten kann. Genau, da lief so ein Tom und Jerry-Clip, der so zusammengeschnitten aussieht aus dem Film. Ja, aus dem letzten Film, der vor vier Jahren rauskam. Genau. Und ja, eigentlich müsste ich mir die alte Episode angucken, ob wir da drüber sprechen, weil ich hatte vergessen, dass wir schon mal wohl drin waren. Genau. Und ja, man muss sagen, das Kino ist einfach, finde ich, toll, auch wenn man reinkommt. Das hat hohe Denken. Das sieht alles super aus. Technik ist wahrscheinlich im neuesten Stand. Und alles. Weiß ich nicht, aber also die Stühle auf jeden Fall mal nicht. Ja, ja. 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 Wenn du sagst, Technik ist auf neu. Nee, Technik meine ich Filmtechnik. Ja, dann musst du es sagen. Also da muss ich wirklich, kann ich jedem nur davon abraten, da reinzugehen. Es sei denn, ihr habt wirklich, euer Rücken ist super gut in Schuss. Also wir hatten beide keine Probleme, aber ich hatte jedes Mal Panik, dass ich danach vielleicht Probleme hätte, weil dieses 4D ist ja sowieso so eine Sache, muss man ganz ehrlich sagen, in den seltensten Fällen wirklich geil. Man geht da rein und denkt so, ach Mann, vielleicht wird man ja mal positiv überrascht, aber so richtig geil fand ich es noch nie. Oder kannst du dich irgendwo daran erinnern, wo wir drin waren und dann dachten, Mensch, wir gehen gleich nochmal. Nicht vom Rütteln und Schütteln, sondern folgen auf alles, was ich klasse gemacht habe. Nee, ich rede ja vom 4D. Ja, die 4D, die du nie gesehen hast, die geilste war, aber ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt wirken würde, ist die Terminator 2, 3D-Version in Florida. Gibt es leider nicht mehr, wo alles stimmt. Aber vielleicht würde ich jetzt sagen, oh Mensch, da hört man auch das ganze Gequietsche von den Stühlen. Kann ja auch sein, dass ich das damals weggedacht habe. Aber jetzt ist es ja, dieses Hydraulische ist so laut, dass es nicht massiv ist. Nein, es ist laut, es ist nicht on point. Nee, oh ja. Es passte nicht zum Film. Das heißt, du wurdest immer hinterher geschüttet, nachdem die Szene vorbei war. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war eigentlich auch ja nur, es rückelte immer extrem unangenehm und es passte oft auch gar nicht. Also es war immer, man würde nach vorne, nach hinten gekippt und ich dachte, so was hat das jetzt mit dem Film zu tun und ich war immer froh, wenn dieses Ruckel wieder aufgehört hat. Das war nur unangenehm. Und laut. Und laut, ja. Also, ja. Total schade. Also, weiß ich nicht. Ich würde da alles rausreißen. Ganz ehrlich. Und ein richtiges Kino machen. Wir haben am besten was Tolles zeigen. Es muss ja nicht 4D sein. Vielleicht ist es ein Kurzclips der besten Animationsfilme, für die man die Rechte sich holen kann. Früher, als Warner war, klar waren da Warner, Kurzfilme drin, aber... Making of, auf Attraktionen. Oder... Du meinst wie das Infocenter im Europapark, wo man Sachen sieht, die geschichtlich sind. Oder... Astellink macht das super. Ach ja, genau. Astellink macht ja immer bei neuen Attraktionen kriegst du ja immer so kleine Häppchen mit neuen, wo sie gerade dran sind und so. Entweder sowas. Also, ich glaube, Möglichkeiten gäbe es da genug. Oder irgendwie best auf irgendwelche alten Shows, Aufzeichnungen. Ja, geschichtliches. Ich meine, der Moviepark hat ja jetzt 25 plus Jahre drauf. Da ist eine Menge Material. Man sieht ja auch viele coole Fotos bei dieser Studiotour. Da sieht man auch Premieren aus den 90ern, wo Tom Hanks, wer auch immer, da war als Batman, Val Kilmer, Batman, George Clooney. Das ist ja alles aus der Zeit. Da ist bestimmt noch Material, was man wirklich auf der großen Leinwand natürlich in verminderter Qualität, aber heutzutage kann man viel reparieren, präsentieren könnte. Immer so in 10-Minuten-Näppchen. Genau. Oder letztes Jahr hatten sie ja das erste Mal zur Weihnachtszeit offen. Ja, das wollen wir uns mal gerne angucken. Christmas-Dings. Genau, da wären wir gerne hingegangen, haben wir nicht geschafft, aber das wäre ja vielleicht auch ganz interessant für so Leute wie dich und mich, die das interessiert, dass man da vielleicht auch mal irgendwie so einen Zusammenschnitt aus den besten Momenten oder so zeigt, aus den Shows aus, wie das geschmückt war. Oder wie du sagtest, Making-of. Wie macht man plötzlich Weihnachten aus dem Nichts? Das wäre sehr interessant, ja. Also, wie gesagt, Ideen hätten wir, ihr könnt uns gerne kontaktieren. Wir können uns auch filmen. Lieber Movie Park. Noch ein Löcher, wie ihr merkt, aber das ist echt, also so wie es im Moment ist, ist es einfach, finde ich, kann man sich das einfach sparen. So. Ja, es ist, also als Bedrohung, nicht Drohung, als Bedrohung, es könnte langsam zum 4D-Kino Phantasialand verkommen. Ja. Und die, das ist richtig schlimm. Ja, genau. Das ist die Spitze des Eisnerchs. Also, wenn man sehen möchte, wie es in der Zukunft sein könnte, schnell mal nach Brühl fahren und diesen komischen Piratenfilmen. Ja. Gucken. Aha. Puhu. Oh, ja. Ja. Genau. Essen ist leider auch nach wie vor, also letztes Mal hatten wir es ja so gefeiert, dass die so einen, so einen tollen, ähm, Food, Foodtruck da hatten, der ja auch veganes Essen hatte. Wo war der denn? Ähm, der war da bei der Westernstadt davor, bei diesem Pier. Ach ja. Genau. Und dieses Mal leider kein Foodtruck, aber leider auch, ähm, ja, also, jetzt kein tolleres oder besseres Angebot. Insgesamt, ähm, finde ich im Moviepark nach wie vor, ähm, ist es halt sehr, sehr fast foodmäßig, also selbst dieser neue Pizzaladen da. Ähm, Pizza ist ja auch irgendwie, ähm, Fastfood. Ich fände es halt echt cool, mh, wenn es auch mal, ähm, ein bisschen gesünderes Essen da geben würde. Ähm, finde ich, ist auch der Moviepark so von den, von den anderen Parks in Deutschland wirklich hinten dran, also sowohl im Phantasialand, ähm, als auch im Europapark, als auch, also, ne, du kannst eigentlich überall besser essen als im Moviepark. Oder wir essen gerne, in Themenparks. Ja, genau. Und Pommes ist ja auch mal super, haben wir ja diesmal auch gegessen, aber es wäre halt einfach auch schön, wenn man, ähm, auch mal andere Sachen essen könnte, ne, und wenn es nur so eine Pilzpfanne oder sowas wäre, was jetzt auch kein Riesenaufwand ist. Wir waren dann noch bei Dunkin Donuts und haben uns gefreut, dass es, äh, was Gesundes gibt. Nee, eben nicht, aber dass es mittlerweile viele, äh, vegane Donuts auch gibt. Oh ja, Boston Cream. Boston Cream, ja. N-V-G-A. Creme. Ja, jetzt halt. Boston Creme. K. Finde doch Cremant sein. Nee. Nee, nee. Und da ist ein Riccardo mit der Hafermilch. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Im Grunde genommen sind wir die Punkte durch, bis auf Merch. Da hast du ja schon viel dazu gesagt. Stimmt, eigentlich müsste man auch einen Punkt für die, für die musikalische Thematisierung drumherum und da wäre es ja ziemlich gut. Wo, wo waren wir, wo wir gesagt haben, da flotten Leute überhaupt keine Musik? Ach, eher bei der Nickelodeon-Ecke. Ja. Wo es eigentlich am lautesten und craziesten sein sollte. Bei der wilden, hier ist das Ding mit der wilden Maus da hinten. Ähm, Racer. Wenn jemand vergessen hat, an dem Tag die Musik hinzuschmeißen oder ich weiß nicht, was das sollte. Und die quietscht mittlerweile auch so brutal. Sehr, sehr brutal. Und manchmal kann das Musik ja auch verlaufen lassen, verspielen. Da, da war es echt ganz komisch, dumm. Dafür, dass der Rest des Parks so perfekt musikalisch begleitet wird. Und bei Time Riders, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, kann auch mal was Neues rein. Ja, da kann absolut was Neues rein. Ich weiß, es kostet was und alles, aber vielleicht kann man mit ein paar Kniffen eine andere Geschichte, die ja auch in so einem, ich meine, es ist ja immer noch die Wayne Manor von damals. Das ist das gleiche Gebäude. Das haben sie ja auch erfolgreich in der Bibliothek von einem anderen Wissenschaftler umgebaut. Könnte auch immer noch eine gleiche Geschichte sein. Im Endeffekt fehlt ja nur die Simulation. Ich sage jetzt nur, aber ja. Also. Wir sagen das als Fans. So. Wir sagen das als Fans alles. Also insgesamt wieder ein netter Besuch. Also bis zum nächsten, bis zum nächsten Trip im Moviepark Quadro. Bis zum nächsten Trip. Moviepark Germany. Ciao. Ciao. Sch questi. rendering. Die wissen selber from wie die wissen, die ich nicht kapitul Síre